Musik Immer wieder erreichen uns ganz schön erstaunliche Nachrichten aus Norwegen. Vergangene Woche diese. Anders Breivik hat im Gerichtssaal gesagt, er hasse, dass in Norwegen so populäre Folklied Kinder des Regenbogens von Lille Byrne Nielsen, das ist ein norwegischer Fox-Sänger und dieses Lied ist aus der Feder eigentlich von Pete Seeger, dem großen alten Mann des amerikanischen Protest-Songs und für Breivik und seine Geistesverwandten ist das ein ganz verachtenswerter Gutmatchen-Song. Ja, und dann haben sich einem Aufruf auf Facebook folgend 40.000 Norweger in der Nähe des Gerichts getroffen und haben einfach gemeinsam mit Lille Byrne Nielsen diesen Song gesungen. Was für eine Geste! Musik So, und jetzt zu meinem eigentlichen Thema der Woche. Im Wien-Museum hat er jetzt diese wunderbare Ausstellung besetzt, Kampf um Freiräume seit den 70ern eröffnet und diese Ausstellung ist nicht deshalb so wunderbar, weil sie so toll was zeigt. Nein, sie ist ganz okay, aber auf dem beschränkten Platz, den das Wien-Museum zur Verfügung hat, für seine Sonderausstellungen, da kann man natürlich keine großen ausstellungsarchitektonischen Sprünge machen, das ist schon klar. Nein, das Tolle ist, dass sie das überhaupt thematisiert. Dass sie das zu einem Thema der Stadtgeschichte nobilitiert, wie rebellische Jugendbewegungen und Besetzerbewegungen die Stadt und das Leben verändert haben in den vergangenen 35 Jahren. Ja, und natürlich hat das auch was Ambivalentes. Klar, indem man die Dinge ins Museum stellt, werden sie natürlich gleichzeitig auch musealisiert. Also persönlich muss ich natürlich schon sagen, dass das schon ein eigenartiges Gefühl ist, wenn die eigene Jugend im Museum ausgestellt wird. Aber bitte, damit muss man halt leben, ab einem gewissen Alter. Also, was zeigt diese Ausstellung? Sie erzählt die Geschichte von Bewegungen so zwischen 1975 und zwischen 1988 im Grunde, so was halt geschehen ist hier in der Stadt. Das Aufkommen einer Jugendbewegung mit wichtigen Kickstarts, der Ammerlinghausbesetzung 1975 und der Arenabesetzung 1976, dann die Burggartenbewegung ab 1979, eine im Rückblick pittoreske Auseinandersetzung, wollten junge Leute, irgendwelche Freaks, doch nur im Burggarten auf der Wiese rumgammeln. Daraus hat sich eine jahrelange Auseinandersetzung mit Polizei und Stadtregierung entwickelt. Dann die wirklich wilden Jahre 1981 bis 1983, wo sich der Taktschlag beschleunigte. Eine wilde Spontidemo im März 1981, die Spießer und Obrigkeit verschreckte. Die erste Hausbesetzung am 1. Mai 1981, Räumung, dann die Reaktionen der Stadtregierung, die zwischen Repression und Entgegenkommen schwankten. Es wurde den Jugendszenen Häuser wie das WUK und die Gassagasse zur Verfügung gestellt, letzteres zwei Jahre später wieder geräumt. Oder die Hausprojekte Egidi und Spalowski-Gasse und, und, und. Und es ist schon deshalb wichtig, dass das mal so dargestellt wird, weil diese Geschichte ja eher nur so als nostalgische Erinnerung in den Köpfen der Beteiligten herumgespuckt ist bisher. Dabei ist das absurd, wenn man bedenkt, dass es auch in diesem Land als Referenzpunkt, als Referenzdatum immer das Jahr 68 zitiert wird, wo das ja deshalb absurd ist, weil in Wirklichkeit war 68 ja hier völlig unwichtig, zumindest verglichen mit dem, was dann Anfang der 80er Jahre in diesen wenigen wilden Jahren passiert ist in dieser Stadt. Wobei, eines hatten diese, ich nenne es jetzt mal einfach Jugendbewegungen mit 68 gemeinsam, dass es keine nur lokalen Ereignisse waren. Zeitgleich gab es natürlich viel massivere Besetzungsbewegungen in Berlin mit massiven Polizeirepressionen und sogar einem Toten. Und dann die legendäre Bewegung zum Beispiel in Zürich, die vor allem auch deswegen legendär wurde, wenn diesem legendären Film Zürich brennt. Und bevor wir da ins sentimentale Schwärmen geraten, muss man natürlich auch dazu sagen, dass diese Bewegungen, auch wenn sie selber gar nichts gewusst haben davon, Teil gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse waren, die dann auch in der Wiederaneignung der Innenstädte, der Revitalisierung der historischen Bausubstanz gemündet sind, die Leben in die Stadt brachten, bis hin auch zu dem, was man heute so modisch Gentrifizierung nennt. Aber irgendwie würde man all dem nicht gerecht werden, wenn man das nur mit den Orten verbindet, an denen es sich entzündete und die dann, sofern sie heute sogar noch existieren, zu Institutionen geworden sind. Die Orte, die waren schon wichtig, aber wichtiger war halt schon das Lebensgefühl, das man hier entwickelte. Diese Jahre waren eine Freiheitsparty und es gab natürlich auch schiere Momente, aber wirklich als Niederlage hat man keinen dieser Momente erlebt. Junge Leute haben gelernt, sich nicht einfach wegzuducken und kommentieren zu lassen. Und alles in allem, muss man sagen, ich treffe ja viele Leute aus dieser Zeit immer noch, die beginnen einem Jahr an jeder Ecke. Alles in allem, muss man sagen, die allermeisten, die damals gelernt haben, sich nicht kommentieren zu lassen, haben es hinterher nicht wieder verlernt. Und das ist eigentlich das wichtigste Erbe aus dieser Zeit. Keine große Sache, aber auch keine kleine. Und jetzt ist das im Museum auch irgendwie schön. Natürlich nur, wenn man die Regel im Kopf hat, die unlängst in einem Tatort-Krimi formuliert wurde, so schön in Paraphrasierung eines alten Sprichworts. Tradition ist nicht die Anbettung der Asche, sondern die Weitergabe der Streichhölzer. Ja, trotz allem. Und sagen wir es doch ganz offen, vieles war auch lächerlich. Klar, man kann sagen, die Frage, ob man auf dem Rasen sitzen darf oder nicht, mit einem Freiheitskampf zu verwechseln, ja, war schon ein bisschen lächerlich. Auch der Verbalradikalismus und dieser militärische Jargon, dass die Räuber um den Chantam spiele mit der Polizei bei den Scharmützeln, weil Straßenschlachten konnte man das ja nicht wirklich nennen. Auch das war alles ein bisschen lächerlich. Ja, und rausgekommen ist ja an vielen Stellen dann eh ganz was anderes als das, was man wollte. Man hat die Stadt lebendiger gemacht, aber am Ende war das Lebendige kommerzialisiert. Und das ist eben genau das Gegenteil von Freiraum. Heute rennt man oft nicht mehr gegen Mauern, sondern eher gegen die Wände der Gummizelle. Ja, aber das ist jetzt schon eine ganz andere Geschichte, wenngleich sie mit dieser alten Geschichte, die man sich jetzt im Museum anschauen kann, zu tun hat.